Diese eine Sache wird dir helfen, eine große beängstigende Veränderungen im Leben zu meistern. So schaffst du alles, das gibt dir Mut. Es gibt viele Wege, wie wir unsere Gedanken dazu bringen können, unserem Leben auf die Sprünge zu helfen. Wir erschaffen dank ihrer Hilfe ganze Welten in unserem Kopf. Aber wir können auch die Welt, in der wir leben, massiv beeinflussen. Jeder Gedanke bewegt etwas in uns, das wir nach außen tragen. Psychologische Coachings, autogenes Training und andere mentale Hacks wurden so im Laufe der Zeit entwickelt, um Menschen in schwierigen Situationen Selbsthilfe zu lernen. Doch so kompliziert muss es gar nicht sein. Vor allem muss ein profundes Hilft-dir-Selbst-Konzept nichts kosten. Wir stellen dir heute eine simple Übung vor, die dir und deinem Leben den Sprung auf die nächsten Level ermöglicht. Alles, was dir schwerfallen könnte, erscheint dank ihr ganz leicht und machbar. Was du dafür tun musst? Schreibe dir selbst einen Brief. Was genau dieser beinhalten sollte und warum das funktioniert, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Warum ein Brief? Die hohe Kunst des Briefeschreibens scheint beinahe ausgestorben zu sein. Tatsächlich aber hätte das Schreiben mit der Hand viele Vorteile zu bieten, die das Tippen auf einer Tastatur uns nicht liefern kann. Angeblich ist die Handschrift unsere direkte Verbindung zwischen Kopf und Hand, die ganz nebenbei auch noch die Herzgegend mit einbezieht. Alles, was wir uns auf diese traditionelle Weise von der Seele schreiben, ist schon so gut wie verarbeitet. Schreiben wird immer noch als therapeutische Intervention empfohlen, um Gedanken und Gefühle gleichermaßen zu ordnen. Nummer 2. Was steht in diesem Brief? Bevor du große Veränderungen anpackst, empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme. Das Aufschreiben aller Gedanken, die diesbezüglich durch deinen Kopf rasen, hilft dir beim Sortieren. Die persönliche Ansprache stellt eine unmittelbare ich-bezogene Verbindung her. Du allein und höchstpersönlich bist dann in der Pflicht kein nicht näher zu definierender Mensch, der in die Gänge kommen sollte. Wichtig, sei verständnisvoll, ja, auch und vor allem dir selbst gegenüber. Keine Meisterin und kein Meister sind je vom Himmel gefallen. Neuland zu betreten ist beängstigend und mit großen Unsicherheiten verbunden. Nummer 3. Die Meinung anderer darf dich kümmern. Umwälzende Veränderungen sind keine Kleinigkeit. Dieser Brief soll dir verdeutlichen, dass du das Projekt Wandel ernsthaft und strategisch angehen möchtest. Teile dem Blatt Papier deine Gedanken und Gefühle mit. Aber es spricht auch nichts dagegen, vertraute und dir nahestehende Menschen in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Wer dich mag und gut kennt, ist ein guter Ratgeber und Mentor in schweren Zeiten. Nummer 4. Zurück zum Brief. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Das Schöne am Schreiben eines Briefes ist die Intimität bei gleichzeitigem Ausschluss der Öffentlichkeit. Diese Zeilen sind nur für deine Augen bestimmt, für niemanden sonst. Es spielt daher keine Rolle, ob sie vor Rechtschreibfehlern strotzen, aus logischer Sicht kompletten Nonsens enthalten oder wirres Zeug darstellen. Im Gegenteil, je automatisierter du alles niederschreibst, was dir im Hinblick auf die drohende Veränderungen Angstschweiß auf die Stirn treibt, desto besser. Genieße das Privileg, hier wirklich die einzigartige und vollkommene Freiheit der Gedanken zu genießen. Nummer 5. Immer schön positiv bleiben. Unser Gehirn ist ein wundervolles Organ. Allerdings gibt es auch ein paar Tricks und Schwachstellen, die man kennen sollte. Beispielsweise versteht es negative Formulierungen nicht. Wörter wie kein, nicht oder ohne kommen nicht beim Empfänger an. Wünschst du dir in deinem Brief also beispielsweise einen Übergang ohne Komplikationen oder hoffst darauf, nicht zu scheitern, wirst du mit diesen Zeilen bestenfalls nichts erreichen. Im schlimmsten Fall verankert sich das exakte Gegenteil davon in deinem Unterbewusstsein. Mach dir lieber die Macht der positiven Affirmationen zunutze. Schreib Sätze auf wie Ich bin stark oder Ich kann das. Sie sind alles, was du dir und deinem Selbstbewusstsein auf diese Reise mitgeben musst. Nummer 6. Trag diesen Brief immer bei dir. Du kannst ihn in die Tasche stecken oder abfotografieren. Natürlich kannst du ihn auch digital verfassen, um immer darauf zugreifen zu können. Solche mentalen Krücken sind kein Kinderkram. Die Psychologie kennt viele solcher Tricks, bei denen man Menschen etwas in die Hand gibt, woran sie sie sprichwörtlich bei Bedarf festhalten können. Diese Zeilen erinnern dich daran, dass du das Problem erkannt und dich ihm angenommen hast. Du bist eine Macherin oder ein Macher, kein Opfer der Umstände. Allein schon diese Erkenntnis kann einen schwierigen Lebenslagen Gold wert sein. Nummer 7. Regelmäßiges Überarbeiten erwünscht Nichts ändert sich schneller als eine Zeit, die dem Wandel unterliegt. Die Ereignisse können sich überstürzen und deine Lebensumstände mit ihnen. Halte diesen Brief daher immer up-to-date. Ergänze Wichtiges, dass dir rückwirkend noch eingefallen ist oder streiche Passagen, die sich erledigt haben. Halte dich auf dem Laufenden, was in deinem Leben gerade passiert. Nummer 8. Mache diese Zeilen zu deiner täglichen Lektüre Der beste mentale Kunstgriff nützt nichts, wenn du ihn unter Verschluss hältst wie einen kostbaren Schatz, den niemand sehen darf. Gewöhne dir ein tägliches Ritual rund um diesen Brief an dich selbst an. Lies ihn jeden Tag, entweder morgens oder abends. So beginnt und oder endet dein Tag mit dem Fokus auf dieses Projekt. Du bleibst so auf Kurs, was deine Vorhaben betrifft. Sie können Angst und Zweifel in dir auslösen und dich immer wieder zu negativen Selbstgesprächen führen. Solche überwältigenden Gefühle und Gedanken mutieren dann schnell zu destruktiven Gewohnheiten. Unser heutiges Fazit Schreib dich nicht ab. Es mag dir seltsam vorkommen, einen Brief an dich selbst zu schreiben. Doch diese Taktik bietet viele Vorteile, in deren Genuss du sonst nicht kommen würdest. Ein Brief spricht dich persönlich an. Du und nur du allein bist gemeint. Außerdem kannst du deine Gedanken und Gefühle schriftlich besser ordnen. Du legst dir eine Strategie zurecht, die aber noch keinesfalls makellos oder perfekt sein muss, denn außer dir liest sie ja niemand. Du motivierst dich mit diesen Zeilen, bleibst am Ball und hast in Zeiten des Zweifels und der Unsicherheit etwas, woran du dich festhalten kannst. Das Schreiben ist schon lange bekannt dafür, ein therapeutisches, Universalheilmittel zu sein. Jeder Gedanke, den du zu Papier gebracht hast, spukt nicht mehr in deinem Innersten herum. Er ist nun Realität. Damit kannst du arbeiten. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald. Das war's für heute.